1 hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die vor mir ist ein sportlicher well cry und ich weiß nicht genau wo er ist aber ich irgendwo ist auch der abo auf der anderen seite auf der anderen seite ich habe gerade noch samengewunden die wollte ich erstmal gesetzt haben ihr hattet jetzt gerade irgendwas gesagt wegen umsetzen hier stimmt was nicht was stimmt denn hier nicht nur kommen wir einfach runter springen runter und dann guckt euch fenster es gab hier berechtigte beschwerden dass die fenster von außen zu tief wären das ist also das ist unfraglich viel interessanter ist willst du hier drinnen einen fußboden reinziehen oder soll gras bleiben und falls du einen fußboden einziehen willst in welcher höhe willst du den einziehen weil die haben sich alle die hand vor die stirme gehauen dass ich den boden begradigt habe und den dann wieder abgebaut habe weil die dachten das ist jetzt der fertige boden ich habe immer woodframes gesetzt jetzt haben wir eine schöne grasenfläche ich hatte mir eigentlich das so gedacht dass wir jetzt wo du das so angefangen hattest ein tiefer in den boden setzen quasi hinterm buddelschutz weil hier haben wir das auch den eingang auf der höhe das dachte ich mir eigentlich auch dass wir das ausgraben und dann den boden ein tiefer setzen okay das bedeutet dann ist aber also also wenn man die fenster 1 12 wir müssen die auf jeden fall 1 höher setzen müssen wir theoretisch gesehen nicht du hattest ja wenn du den ganzen berg draußen rum auch noch vergraben willst dann nicht nein du hattest ja gesagt du hättest die folge der sturm bei mir gesehen wenn wir hier vor hatten wir eben besprochen außerhalb der aufnahme da kommen ja erst einmal diese woodlocks bikes voll aufgewertet da müssen wir glaube ich zwei tiefe graben für die woodlocks bikes weiß ich jetzt gar nicht glaube ich schon so und dann kommen ja zweimal stacheldraht zwei dreimal spikes und noch mal zweimal stacheldraht also das was wir hier noch vorhaben woodlocks bike so dann zweimal stacheldraht sagst du okay ja dann machen wir einmal normal ich würde also schon zweimal spikes also ja ja da hat man ja gesagt zwei dreimal also hat das für noch mal zweimal und dann noch mal zweimal stacheldraht dann noch mal zweimal stacheldraht okay dann würden wir bis hierhin kommen den turm willst du aber nicht außerhalb haben sondern eher in diesem bereich dann hier so wo das das gehen wir dann ja das das ganze dann ist schwierig jetzt geht's ja wo haben wir da haben wir ja und das heißt hier wäre quasi der turm dieser kleine ach so weil wir ja auch immer von hier aus war mal einer wood zweimal leer ich hatte ja ich hatte ja mal stacheldraht okay ich hatte ja also fünf mal fünf türme genau also der stacheldraht würde bis hier hingehen wo ich stehe ach so ja dann müssten wir das ganze etwas anders machen und zwar ich folge euch gerade mit meinen blicken völlig aufmerksam und jetzt muss ich mal schlagen findet ihr steht schon ich war auch aufmerksam ja das gehen wir dann quasi wieder weg und jetzt machen wir von hier von der ecke fünf mal fünf ja sehe ich das richtig eine sekunde das müsst ihr dann nee da da ist das stacheldraht so dass da wäre die mitte so müsste das dann wenn ich das richtig sehe und hier wäre der gang nach unten okay du willst den turm außerhalb quasi also das war auch vor dem turm halt noch stacheldraht haben und hier neben dem turm kommt ja auch noch ein bisschen irgendwas kommt da angedackelt ja ja das wäre jetzt aber drei mal drei was du hast also hier wäre die außenwand ist jetzt mal die außenwand von dem turm das ganze von von der aufmachung her wieder wieder würde wieder an fünf mal fünf gemacht werden ja eben genau so das ist deshalb setze ich gerade mal die außenwand so also das ist die so und da ist aber kein stacheldraht mehr das ist hier klar und hier ist eine iron bar und da ist ja auch kein stacheldraht so richtig hier wäre eine iron bar wo ich stehe und hier ist aber auch schon kein stacheldraht hier hier wäre die letzte iron bar das kommt ja dann noch hier vor der stacheldraht ach so der kommt ja dann noch mal zusätzlich ja gut aber die lange linie die hier läuft wäre ja hier mit stacheldraht richtig das wäre dann quasi genau hier auf der mitte das ist das okay das ist also so ist absolut beabsichtig so das ist beabsichtigt ja da würden dann um den turm selber noch mal der stahl da quasi drum rum kommt gut okay dann fange ich mal mit diesem turm hier einfach an okay und ja wenn wir direkt hier vor den fenstern diese diese dicken spike setzen direkt hier vor und davor stacheldraht und die fenster selber mit iron bars machen wo ich ja feststellen durfte netterweise dass die spucker da nicht mehr durchkommen und weil die verdammt viel aushalten offensichtlich kann man das eigentlich ganz gut machen denke ich also falls ihr euch fragt wovon wir überhaupt die ganze zeit überreden dann guckt doch mal in avos folge wir sturm rein von seven days da drüben hier übrigens steht ein kreischer nehmen in dem feld da hinten aber wenn er dann ein spikfeld lassen stehen die folge ist übrigens vom 16 vierten ich überrasche es auch gerade 16 fünften fünften hast recht genau aber gerade zur frage hier drin wärst du klein hier drin lass ich was du sagtest fünf mal fünf du meinst es aber fünf mal fünf innenmaß da müsste man nämlich doch noch eine reihe daraus damit zu ziehen stimmt müssen müssen wir dann tun in maß meintest du fünf mal fünf ne ja also wir brauchen hier drei rüber frames und dann kommen die eckwände und dann hätten wir hier bauen überlasse ich echt euch ich kann euch zwar folgen aber er auch nicht okay mir geht es auch nicht viel anders ich ignoriere den umstand dass es hier wahrscheinlich überhaupt nichts werden wird aber ich mach das jetzt ich glaube so ne ich muss noch mal ich muss noch weiter nach hinten so das ist das ist jetzt die richtige höhe der mittlere den du hier noch stehen hast den habe ich gerade umgesetzt das ist die mitte jetzt die neue dass die neue mitte das ist die die spd unter den wood frames das will ich nicht hoffen so dann hier wäre ja quasi der fußboden auch so jetzt habe ich da wo du die mittel gesetzt hast ach so ich soll es nicht ausgraben okay ist man nein ja das käme dann schon auf einer höhe mit dem 1 2 3 iron bars und dann kommt hier eine wand und hier geht es nach hinten doch so stimmt es aber aber so stimmt ja es ist insofern aber mein fehler weil wir hier doch ausgraben also hattest du schon recht dass das innen drin auch ausgegraben wird ja ja dann nehme ich sie weg ja dann lasse ich den da stehen genau und der hier kommt dann ein tiefer dann wäre das nämlich die höhe naja das also ich ich fange hier gleich mal an zu graben ich mache das hier mal und dann ich besorgen erst mal ein teil ja denkt dann wir haben noch hundetag ne und dann gehen wir das quasi so da soll man nur tatsächlich mit schweren material arbeiten ja ja klar da kommt beton wieder wie bei dir ja wie bei dir da kommt da konkret rein deshalb ich besorgen uns jetzt gerade mal ein paar we bars und ähm genau was soll ich vielleicht soll ich noch scrap iron oder was braucht ihr als nächstes ansonsten xyra kommen wir mal runter bediene ich hier einfach mal an der kiste die ich hier eingerichtet habe ich weiß auch gerade gar nicht genau ich muss auch mich erst mal leer machen ich weiß auch gar nicht genau was wir jetzt noch fürs haus brauchen also für die wischenräume vom holz jetzt also mal eins kann ich dir ich habe kein holz mehr doch ein bisschen ich kann ganz viel holz geben haben wir oben noch eine schmiede gehabt oder nicht okay dann fange ich mal an damit ein bisschen metall einzuschmelzen was löcher was die löcher die sollten da sein da wolltest du die rams reinsetzen ach so hast du aber nicht überall ne nur bei den dreiern ich habe aufgepasst aber hatten wir dann nicht gesagt das geht ja gar nicht wenn wir hier die rams reinsetzen ach gottchen also steine haben wir unten auch für cobblestone und so wenn sie da was haben das wollte ich ihr auch noch fertig machen da war sie haben 1 2 3 4 5 6 7 8000 steine also einfach noch so in der kiste dann haben wir 1 2 3 4 5 1500 scrap iron und tausende von kohle die sache ist ja folgender wir hatten ja gesagt wir wollten mal gucken wie das ausschaut hier mit der ersten betonstufe hier drin das heißt also dort wo ich jetzt hier über dem rahmen freigelassen habe das heißt wir sollten mal ein kabblestone reinsetzen und den auffüllen und mal ein river frame und den mit einer betonstufe weil über von günstiger ist ja aber ich kann über films nicht dienen weil wir hier kein metall eingeschmolzen haben bisher ich habe ich habe nur in stein gemacht dann nehmen wir die teure variante das ist so schlimm dann auch nicht du sagst du kannst noch eine menge holz geben nämlich an ich schmeiße das thema hin dankeschön wenn ich mehr zu essen das reicht das war ich du brauchst du brauchst du ja doch sehr gut doch wenn ich da auffüllen dann brauche ich ja mein neuer zurück du brauchst das vor allen dingen auch da brauchst du ja auch kass für warte mal ich gibt ja dann jetzt mal ein bisschen was zurück hier wofür brauche ich gras für die kamen ist an und riemann und jetzt sehe ich nichts dann gehe ich jetzt richtig in der annahme dass ich weiter koppelstern frames und kappelstern herstellen warte dann gebe ich dir mal eben was über mangelung an metall würde ich das jetzt tatsächlich schon so machen kleine anzahlung ich hoffe die sind jetzt nicht weggepackt habe okay bitteschön das ist so lieb von dir ich hab licht eigentlich ich hätte eigentlich hätte ich jetzt gerne noch eine forge für metall unten aber warum bin ich nicht und ist das metall aus uns ist das leder ausgegangen so schwierig dass hier jetzt keine köter kommen ich fange mal an zu buddeln hier ja ich habe gerade kein doch ich habe ein stein doch ich habe ein schaufel eine eisenschaufel habe ich sogar ich kann dir helfen wenn du möchtest ist okay jetzt das passt schon also so viel zu buddeln ist ja auch nicht das ist schon okay ich möchte mir nur sagen weil ich glaube das ist ja immer noch irgendwo wieso stirbt die eigentlich nicht in den spikes das wollte ich auch gerade fragen wieso lebt die noch macht die das also entweder ist sie gerade umgekippt oder sie hat ein spike kaputt gemacht da war ja so ein lautiges geräusch hexe verbrennt sie genau genau nach das ist alles schwierig gerade die toller gefällt mir aber gar nicht so okay der fußboden schon mal rein der fußboden kann auch ganz normal aus holz sein aber von den türmchen ja ja und dann zwei block 2 beton hoch und obendrauf hattest du in höhe drei jahr wiederholz bei dir das hast du ja okay gut ich habe übrigens die die eckframes die ich da hatte also die diese nur von außen aus aufwerten kannst da habe ich rams gemacht okay ich weiß nicht ob das in dem sinn jetzt wirklich was gebracht hat es war das sieht aber auch hübsch aus weil es war jetzt eigentlich so nach dem motto dass sie mir nicht direkt auf der ecke bleiben und hängen bleiben ja so ich organisiere noch mal ein bütten gras wo ist das dunkel aber ich habe ja licht ich bin auf steigen gestoßen du willst gerade nach holland fahren ich wollte gerade nach holland fahren den habe ich nicht verstanden achso alles klar ja jetzt jetzt habe ich ja ich kenne mich mit sowas gar nicht aus wir müssen nur hier oben beim auffüllen auch wieder dran denken dass wir da fenster haben wollen ja jetzt einfach mal du die die röchelte immer noch irgendwas röchelte immer noch steht irgendwas kloppt da auch ich auf dem gras vielleicht ja auch möglich okay das ist auch alle fälle auch das bedeutet hier kloppt noch was anderes immer so vier blocks unter der stein schicht reicht uns ja von der tiefe her aber oder ich mache mal ein tiefer hier also ich würde ruhig so tief gehen wie unser unser gang ist ja was weiß ich denn wie tief unser gang ist habe ich hier sind zählen achso kannst du mal kannst du mal zählen geht das bin gerade leider nicht drin das tut mir leid also normalerweise sind am glas kloppen auf 10 und der fußweg ist an elf glaube ich hast du die müde ich kann mal proben zu zählen weil ich komme hier gerade aus meinem loch nicht mehr raus das ist schwierig auch ein schwieriger satz ja müsste ich dann gleich machen ich mache mich sonst mal auf den weg das wäre so eine sekunde zeit hast denn so jetzt ist es jetzt erst mal gut frames dass ich mich wieder hoch bauen kann mit einer leiter und ja das ist immer ganz praktisch ja sie schreit immer noch aber offensichtlich sieht sie uns nicht hat mir nun ich mach mal 11 ich glaube wenn die leiter da hängt kann ich nicht mehr dahinter die frames aufwerten also habe ich nicht mehr geschafft sag ich mal das geht auch nicht mehr muss sie die fremse erst aufwerten dazu müsste ich dann würde ich ganz gerne erst mal wissen wie tief ich bin dass da drin ist der bohne gut im kopf okay das doofe ist ich bin jetzt schon gründen ich muss jetzt okay ich werde jetzt frames unten schon mal auf dann muss ich wieder weg hatten geht nicht anders 5 ok 5 so leider 1 2 3 4 5 aber wo du kannst dich ruhig mit setzen beschäftigen ich werte denn auf dann habe ich auch was sinnvolles zu tun neben dem herstellen von frames nur ach so ne das kommt das spiel da ist alles glock ich bin definitiv zu tief ich bin definitiv zu tief ich brauche mich mal drei damit ich mich hier hoch bauen kann also kein problem das korrigiere ich dann gleich nochmal mit der tiefe erst aufwerten 1 2 3 der wird auch aufgewertet da kommt auch noch eine leite an jetzt sehe ich wieder was ok jetzt sehe ich mal neu gut oder 1 2 das ist aber ist doof zu zählen 1 2 3 bleib jetzt hier bis du da fertig bist 4 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 damit muss irgendwie 10 10 oder 11 der fußboden genau richtig Wo brauchst du noch was? Kann ich dir was Gutes tun? Einen halben Schwein auf Toast. Das wäre wirklich was Gutes. Das wäre gerade echt nicht schlecht. Auch richtig schön mit Barbecue-Soße und Gewürzgurken. Also richtig schön leckeren Burger draus machen. Oh geil. Na toll, jetzt habe ich Hunger. Okay, ich bin irgendwie acht, neun Blocks zu tief. Oh, da warst du fleißig. Ja, ich grabe mich nach unten, dann lege ich ja auch direkt los. Aber sowas von. Ja, wer möchte nicht hoch hinaus, er stapelt lieber tief. Äh, Stone. Warum kann ich keinen großen Stein herstellen? Ich muss ihn mal wegnehmen. Small Stone Recipes. Ach, das ist Destroyed Stone ist das, ne? Ne. Okay. Ich fülle das jetzt mit Destroyed Stone auf. Fertig, so. Das ist am einfachsten. Ja, ist es wirklich. Ja, ich muss mich ja, wenn ich den ganzen Krams jetzt weghacke, irgendwie wieder nach oben bauen, ne? Ach, nach oben willst du auch wieder? Kann auch hier unten bleiben. Nein. Ja, dann verabschiede ich mich schon mal aus der Reihe und, äh... Äh, also, ähm... Ich habe jetzt wirklich nur zehn Leitern und bei elf ist dann auch keine Leiter mehr. Also das ist dann direkt schon der Steinboden, ne? So mache ich das dann, ne? Ja, genau. Genau. Ich habe das Gefühl, einer von uns hat sich verzählt. Ich tippe auf mich, aber okay. Aber du warst gerade mit dem Verabschieden gar nicht so falsch, wenn ich den Hinweis geben darf. Ja, ich weiß. Also nicht jetzt, dass du dich alleine verabschiedest, sondern eher wollte ich damit ankündigen, Ende der Folge und so. Ja, ja, das ist... Du warst vorhin einmal so nett zu mir, während wir gewartet haben. Da will ich jetzt nicht gemein sein. Ich gucke gerade... Alles klar. Hier kommt der Boden rein. Oder warte mal. Ah, so, hier kommt der Boden. Ach, ich habe mir eingeschlossen. Warum machst du denn das? Hm, weil ich es kann. Ja. So, ich hoffe, das sind jetzt auch fertig. Warte mal. Sekunde, gib mir noch mal eben... Ich will nur das... Ja, na klar. Wir können die Folge dann... Aber ich will erst sicher geben, dass es auch die richtige Anzahl hat. Ich mache jetzt zehn Watchframes und dann baue ich mich noch... Ach nee, das geht ja nicht. Da hängt ja eine Leiter dran. Egal, das muss passen. Das werden wir dann sehen. Das passt, das passt. Ja, es ist jetzt eh nachts. Ich denke, das passt. Eben. Es ist jetzt eh nachts, genau. So, dann verabschieden wir uns für diese Folge. Oder... Ja, ne? Ja. Und bauen fröhlich in der nächsten Folge weiter. Ja, aber dann sehen wir uns tagsüber wieder, denke ich mir. Oder? Ich weiß es nicht. Ich denke mal ja, dass wir uns tagsüber wiedersehen. Okay. Gut. Dann lasst es euch gut gehen. Genau. Und schaut in die Farall-Folge ein von AWO. Dann wisst ihr auch, was wir vorhaben zu bauen. Ja, genau. Richtig. Zumindest in ähnlicher Form, weil der Mittelbunker das U hier sein wird. Ja, ja, genau. Eben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das kann man sich so ein bisschen dann auch ausmalen. Und wenn nicht, dann ist das ja auch nicht schlimm, weil dann hat man noch Grund, hier reinzuschauen. Genau. So sieht's aus. Na? Stimmt irgendwo. Seht ihr? Bis dann. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.